Wir wollen Pause, ja, Straße, äh, wir enden, so, und voilà. Ja, Nitz, ich sollte ja auch vielleicht mal einstellen, dass du auch mal Fätze verkaufen kannst, ne? Gut, dass du da dran selbst jetzt gedacht hast. Vielleicht müsste ich da wieder stehen und müsste dir wieder Bescheid sagen, hier. Ich hab da aber kein eigenes Konsum gemacht, ne? Ich war robben. Weiß nicht. Du arbeitest halt für mich, du arbeitest halt für mich umsonst. Penner. Mixer. Alter, du weißt, ne? Stunde zehn Euro maximal. Oder, tut mir leid, ne? Du musst deinen Scheiß alleine machen sonst. Das wäre ja halt alleine. Zu teuer. Bitteschön. Verkauf. Dankeschön. Autsch. Bitteschön. Geld hast du doch, hast du auch auf dem Konto. Wow, 15.000. Ja, die, die ich dir gleich wieder abziehen werde, nein, Spaß. Ah ja, ne, gut, passt. Passt schon. Ich habe gerade, ähm, Mais verkauft, deswegen. Ne, ich wollte ihm grad sagen. Ich hab doch einmal 6.000 gekriegt und nein mal 5.000. Du siehst ja jetzt 15.000, hä? Na, überleg ich. Ja stimmt, du hast ja auch gerade was gekauft. Ach. Ich bin blond. Oh ja. Ich bin blond. Autsch. Vollpfosten. Ja, das stimmt sogar. Da, da war sogar ein Vollpfosten. Und der hier hingeblieben bin. Hm. Jetzt ist wieder mal diese scheiße Wardezeiten, nein, ich hasse diese Wardezeiten, nein. Nils, wir sollten mal anfangen, Felder zu besehen, so dass die dann, äh, dass das eine schonmal in den, äh, in den, in den, in den Jungpflanzen anfängt. Wenn das dann in den, äh, bisschen weiter, bisschen weiter ist, fängt das andere an, an mit Jungpflanzen und so weiter und so weiter. Da hat man Zeit sich, Essens und dann hat man eigentlich immer was zu tun. Jo, ist es. Tap, 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 tap. Was wächst hier eigentlich drauf? Gabs. Schon wieder ein Gabs. Ja, Gabs haben wir überhaupt nichts mehr. Was haben wir denn? Wir haben nur noch Gäste im Korn. sett. Ja, schuldigung, nee schon weiter... Ich- und ür- und expressions und so. Und genau! Oh, nee, Redex für einen Text, so. Das können wir ja weiter nicht verkaufen... Wir können... only Qörn das là da haben. Äh, gleich nochmal... Genau... Mh... Obwohl... Ok, Meider ist vielleicht noch der Zorn noch Egal, vergassst du, bekommen wir beim Befeilspeichern gerade Punkt genau für 1.500 Weil jetzt gerade 1.509 Wachst du nicht, dass ihr jetzt hier auf allen Pellern da bist, oder was? Naja, auf allen einen, glaub ich, weizen Ja, Feld24 Ok Nils, dann nimmst du gleich Feld29 mit einem Mittelscher Wenn du fertig bist, machst du weiter bei Feld23 Ok Also, ich meine, dann fällt 424 Das tut zwar auch nicht lange, aber das hat's gar nix Ok No Hier ist bei deinem Handy weg weit weg ich kann man diesen schoss knirschgeräusche bei mir eine aufnahme zu haben warum zum geiler muss ich jetzt diesen schoss holländer nehmen willst du den hier haben? ja hier gibt es nämlich den recht gehabt aber sonst hast du den holländer extra gekauft wegen dem schnallwerk weil der größer ist und wegen dem tank weil der auch größer ist das schneiderwerk ist glaube ich gleich größer weil der tank ist eins nein das schneidwerk ist auch größer da gehe ich mal gucken 4m2 ja ok 505 da stehst du denn hier unten so einsam und allein mein kleiner trecker na komm bring dich mal zu papa ja gehen wir mal wo der kleine papa ist ja für den der der und der der Und dann... Wollen wir es, Gang? Das ist mal da. So, mal den kleinen grünen Traktor hier mitnimmchen, Obermarsch. Junge, wie fährst du denn über die Felder, Alter? Mann, 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 kein Benehmen hier. Hihi, 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 hihi. Miep, miep. Ah! Beide Hupen sind gleich bei dir. Miep, miep. Geh zu mir. Miep, miep. Noch schlimmer. Obwohl er gleich ist. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, ich weiß nicht, diese Hupen sind echt hässlich. Oh, was soll man machen? Kann man nicht ändern. Ja, und ich bin gerne altmodisch. Ah. Ah. Neulich phải là mось den will purs v da sehe ich wofür du